Moin Moin Freunde, hier ist der Stolle. Ne, nochmal. Moin Moin, Servus, Gute, Konnichiwa, Grüezi alle miteinander. Hier ist Onkel Stolle, hier ist ein neues Frischdiskoncussion-Protokoll. Schön, dass ihr wieder dabei seid, gemeinsam im Fischtank. Die geilste Tapete der Welt, ich weiß. Ich würde sagen, schwimmen wir einfach los. 100 Folgen Konnichiwa, 100 Folgen Wahnsinn, irre und ihr seid immer noch am Start, ihr müsst verrückt sein und deswegen, weil ihr verrückt genug seid, sollt ihr Verrückten auch was dafür bekommen, dass ihr euch das Woche für Woche reinzieht. Natürlich sollt ihr auf der Straße erkannt werden, als Jünger dieser Koncussion-Protokoll-Sekte. Deswegen verschenken wir heute in diesem Kanal hier und jetzt zwei Koncussion-Protokoll-T-Shirts. Also einfach einen Kommentar drunter setzen, Hashtag 100 Stolle und dann suche ich mir zwei raus, die glücklich werden sollen mit ihrem T-Shirt. Also, vielen Dank, schaut auch weiter rein und viel Spaß beim Mitspielen. Ja, Freunde, schwimmen, schwimmen, schwimmen und einige Teams in der NFL, die schwimmen gerade richtig auf einer Welle des Erfolgs. Meine Güte, was für ein Übergang des Todes hier. Und das bringt mich zu unserem Top-Thema. Die 3- und 0-Teams, sieben an der Zahl sind es, wenn ich mir nicht irre. Auch die Laien sind ungeschlagen, aber ich finde, ein Unentschieden ist halt, es fühlt sich nicht wie ein Sieg an, oder? Seien wir mal ehrlich. Deswegen lasse ich die raus. Aber von den sieben Teams, die tatsächlich alle drei Spiele gewonnen haben, sind ja dann doch einige dabei, die man jetzt nicht zwingend auf der Rechnung hatte. Klar, die Patriots, wow, surprise, surprise. Auch die Chiefs überraschen nicht wirklich. Tatsächlich vielleicht die Rams ein ganz klein bisschen. Wir wissen alle, dass sie es drauf haben, aber so den leichten Superbowl-Hangover, was ist mit Todd Gurley, Tralala, hatte man ja vielleicht schon auf der Uhr und dafür ist das dann bisher sehr überzeugend, vor allen Dingen auch von der Defense. Dennoch zählen auch sie zu den absoluten Spitzenteams. Die anderen vier Teams, um die geht es mir eher. Die Dallas Cowboys, die Green Bay Packers, die San Francisco 49ers und die Buffalo Bills. Die sind alle mit drei Siegen und ohne Niederlage in die Sonne gestartet. Dass es Sachen gibt, da fällt mir fast schon nichts mehr zu ein. Und dann dachte ich, da muss ich mir das mal ein bisschen genauer angucken. Was läuft bisher richtig gut, was vielleicht noch nicht, was sagt der Schedule und so weiter und so fort. Und um euch da draußen als Fan einer dieser Franchises, ja, entweder noch mehr Mut zu machen oder zu sagen, immer ruhig mit den Pferden. Man weiß nicht, ob es wirklich so bleibt. Fangen wir doch mal einfach mit den Cowboys an. Erstmal seit 2008, 3-0 gestartet, auch schon ein Weilenchen her, haben die Nummer 4 Scoring Offense und die Nummer 3 Offense in Sachen Yards per Game und auch die Nummer 4 Scoring Defense, also à la Bonheur. Beste Third Down Offense, zweitbeste Third Down Defense, auch da funktioniert es richtig gut. Doug Prescott spielt bisher tatsächlich so, als wenn er einen neuen Vertrag haben möchte, auch wenn er immer noch keine 40 Millionen im Jahr wert ist, definitiv nicht. Elliott ist stark, dazu machen sie einen guten Job mit Pollard, mit dem Rookie, dass sie Elliott ein bisschen entlasten, das hilft down the stretch. Seltsam ist tatsächlich, dass die Defense noch keinen einzigen Turnover produziert hat. Das ist jetzt nicht alarming, wenn man so deutlich gewinnt, wie es die Cowboys auf dem Papier taten, größtenteils. Aber es ist trotzdem ein bisschen seltsam. Aber, und jetzt kommt das dicke Aber, ganz ehrlich, liebe Cowboys-Fans, euer Schedule war bisher super soft. Also soft, da geht schon fast nicht mehr, da muss man schon ein Taschentuch nehmen. Die Giants in Washington und die Miami Dolphins, das hat jetzt nichts mit einem tough Schedule zu tun und mit einem richtig brutalen Start. Also da sind andere Teams, die vielleicht nur 2 und 1 sind, haben ganz andere Dinger vor der Brust gehabt. Muss man ehrlich sagen. Giants haben jetzt mal ein Spiel gewonnen, aber diese Defense ist eigentlich nicht existent. Washington ist brutal schlecht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hatte ich nicht erwartet, dass die Redskins so Probleme haben und auch in der Defense tatsächlich auch nicht wirklich immer abliefern können. Offensiv konnten wir ja keine Wunder erwarten, seien wir ehrlich. Miami, ja Miami ist Miami. Und das lässt mich halt so diese Euphorie noch nicht wirklich greifen, weil ich halt finde, da fehlt, es soll nicht heißen, dass sie nicht gut sind. Aber die nächsten Wochen werden sie zeigen, ob sie wirklich und wie gut sie wirklich sind. Denn jetzt geht es nach New Orleans. Na gut, da zu gewinnen ist nie einfach, wenn gleich ein Drew Brees fehlt. Das ist auf jeden Fall ein Plus. Das kann man nicht außer Acht lassen. Dann geht es gegen die Packers. Dann geht es zu den Jets. Das sollte dann wieder in die Soft-Kategorie fallen. Und dann geht es gegen Philly, bei denen der Start jetzt auch alles anders als gut gelaufen ist, aber die in wirklich keinem Team sind, was schlecht aufgestellt ist. Dann kommt die Bye-Week und dann kommen immer noch mehr Brocken. Dann kommt Minnesota, New England, Chicago, die Rams, nochmal Philly. Also der Schedule nimmt ab sofort einen ganz anderen Weg an. Und deswegen finde ich, muss man bei den Cowboys ein bisschen vorsichtig sein mit einem 3-0-Start. Der sieht sehr gut aus und das gibt natürlich auch Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Das ist überhaupt keine Frage. Aber das ist jetzt noch nicht so. Ich sage, die gewinnen hier 13 Spiele. Also ich würde sagen, als Fazit, der Oktober wird zeigen, wenn jetzt, wie angesprochen, Saints, Packers oder auch die Eagles, der wird zeigen, wo wir mit den Cowboys wirklich stehen. Ihr wisst ja alle, ich bin immer ein großer Cowboy-Skeptiker. Vor allen Dingen, was den Headcoach angeht. Aber aktuell dennoch, trotz dieses Soft-Schedules und auch dessen, was noch kommt, sind die Cowboys schon auf jeden Fall auf Playoff-Coach. Einfach auch, weil die Division nicht so competitive ist, wie ich sie erwartet habe. Wie gesagt, die Eagles nur 1 und 2. Das waren jetzt auch immer sehr enge Niederlagen, die beiden Niederlagen und teilweise auch unnötig. Aber am Ende des Tages sind sie 1 und 2 und Redskins und Giants, ja, die muss man nicht sweepen. Das ist dann einfacher als in anderen Divisions, wo wirklich jeder jeden schlagen kann. Deswegen, das ist immer ein Plus, wenn es dann um die Playoffs geht. Die Buffalo Bills. Ja, deren Schedule, erst mal angefangen mit Auswärtsspielen bei den Jets und bei den Giants und dann zu Hause gegen die Bengals. Ist jetzt auch nicht gerade ein brutaler Schedule gewesen, machen wir uns nichts vor, bis auf die Tatsache, dass man eben zweimal erst mal Auswärts antreten musste. Das ist ja nicht ohne. Man hat die Nummer 5 Scoring Defense und auch Yards per Game ist man die Nummer 5 Defense in der ganzen NFL. Insgesamt erst 264 Rushing Yards in 3 Spielen erlaubt. Das finde ich jetzt nicht so schlecht. Man redet ja immerhin von Jacob Barkley oder Le'Veon Bell oder Joe Mixon. Also das ist jetzt alles nicht so schlecht. Bereits sieben Turnover forciert, allerdings auch schon sechs selber verursacht. Für mich das große Plus, dass die Defense richtig stark sein wird, überrascht mich nicht. Das war klar, das war absehbar, das waren die Bills auch letztes Jahr schon. Das war einfach zu erwarten. Die Offense mit unendlich vielen neuen Spielern und Puzzleteilen war halt die große Frage, wie lange braucht es, bis die einigermaßen ineinander greifen, die Puzzleteilchen und die Rädchen. Aber das funktioniert schon ganz gut. Das ist nicht immer wow und da wird jetzt auch niemand einfach regelmäßig auf dem Stadion geballert. Aber ich finde gerade am Ende gegen die Bengals, das war so ein Vorzeigedrive. Das war so ein Drive, bei dem Josh Allen zeigen konnte, hey, ich habe wirklich diesen nächsten Schritt gemacht. Ich bin nicht mehr der Quarterback, der schlechte Accuracy hat und vor allen Dingen dann doch eher zu Fuß gut unterwegs ist, sondern er hat wirklich bewiesen, ich kann so ein Drive sauber zu Ende bringen, sieben Plays, 78 Yards. Das war ein richtig, richtig entscheidender, wichtiger Drive und glaube ich auch für seinen Lernprozess sehr, sehr wichtig. Ist für mich immer noch kein nächster Superstar Quarterback, aber in seiner Entwicklung war das wie gesagt sehr, sehr wichtig. Jetzt geht es zu Hause gegen New England. Das ist natürlich dann mal eine ganz andere Hausnummer. Da werden wir wirklich sehen, woran wir sind und irgendwie kann man sich beides vorstellen, dass das wirklich eine knappe, enge Kiste wird oder vielleicht einfach nur eine 41-0-Niederlage. Das kann man sich vorstellen. Der Spielplan ist insgesamt ausgeglichen. So nach dem jetzigen Stand, wenn man jetzt sieht, wo die Teams stehen, gibt es da ein paar Spieler, die sind so wie New England ordentliche Brocken und dann gibt es aber auch genügend Spiele noch, wo du sagst, wenn sie so spielen wie bisher, dann haben sie da keine Probleme, die Bills. Deswegen würde ich als Fazit sagen, wie ich es schon in meiner 100-Vorhersagen-Sendung gesagt habe, wo jetzt schon einige Sachen eher schwierig werden, aber dennoch habe ich gesagt, die Bills bleiben auf jeden Fall bis Woche 15 im Playoff-Rennen und daran ändert sich nichts. Ich sehe die absolut im Playoff-Rennen, weil wie gesagt, der Schedule ist nicht brutal und allein in der Division hast du mit den Jets und den Dolphins natürlich, und die Dolphins haben sie noch zweimal. Das sieht eigentlich aus wie drei Siege, die man da holen muss, wenn man so weiterspielt. Kommen wir zu den 49ers. Erstmal seit 1998 3-0. Remo, hast du da schon gelebt? Ich weiß nicht. Also wenn, dann hast du wahrscheinlich im besten Fall gerade einen Schulranzen irgendwo hingeschleppt. Bei den Bucks gewonnen, bei den Bengals gewonnen, gegen die Steelers gewonnen. Ja, Bucks und Bengals auswärts ist nie ganz leicht, wenngleich. Beide mit einem neuen Headcoach sind growing pains. Man muss ja sagen, dass die neuen Headcoaches bisher einen schlechten Job machen, was so die Bilanz angeht. Kommen wir gleich noch zu. Und die Steelers, das hätte man sicherlich nicht erwartet vor der Saison. Wenn man sich die Steelers aber jetzt gerade anguckt, dann sieht man, da brennt der Baumlichter. Nein, trotzdem ist es Respekt, weil der Injury-Bug hat wieder zugeschlagen bei den 49ers im Sommer, wie schon letztes Jahr. Aber man sieht, dass sie einfach breiter aufgestellt sind mittlerweile und sowas offensichtlich ein bisschen besser abfahren können. Top 10 Offense und Defense in Sachen Scoring und Yards allowed. Die Nummer 2 Red Zone Defense in der NFL. Also alle Sachen, du sagst, à la Bonheur, richtig gut gestartet. Vor allem die Line ist richtig stark bisher. Da wurde ja nun auch in den letzten Jahren, vor allem im Draft, extrem investiert. Und da wurde es dann auch mal Zeit, muss man natürlich ehrlich sagen. Aber Chapeau, es läuft auch richtig gut. Macht richtig Druck. Dann brauchst du ja nicht so viel Blitzen dazu. Auch gegen den Lauf sehr stark. Also die D-Line bisher absolutes Plus. Die Offense finde ich alles in allem noch nicht so richtig rundlaufend. Dennoch sieht man, dass Jimmy G, da ist die Entwicklung da. Er spielt von Spiel zu Spiel besser. Das wird besser. Ist für mich immer noch nicht 27 Millionen wert. Aber es läuft. Gleich die letzten fünf Turnovers. Das ist ein bisschen viel. Es ist auch selten, dass man jemanden schlägt, obwohl man fünfmal den Ball verliert. Dreimal in der gegenwischen 20 Yard-Linie. Respekt, aber auch rotes Tuch. Sollte man nicht wiederholen. Ja, trotzdem Defense gegen Steel ist dann auch nur sechs Punkte aus diesen fünf Turnovers zugelassen. Hauptgrund wahrscheinlich, warum man dieses Spiel gewinnen könnte. Jetzt muss man mit einer verdammt frühen Bye-Week leben. Ist eigentlich nie gut. Jetzt brauchst du die doch nicht. Jetzt kommst du ja gerade erst mal ins Rollen. Jetzt eine Bye-Week. Wenn du vielleicht 0 und 3 bist, dann sagst du, okay, gerne. Aber bei 3 und 0 willst du eigentlich jetzt nicht eine Bye-Week haben. Müssen sie durch. Danach geht es. Cleveland und die Rams kommen als nächstes. Finde ich zwei sehr wegweisende Spiele. Gerade weil Cleveland bisher hinter den Erwartungen bleibt. Don't believe the hype. Und richtig mal abliefern muss. Und die Rams einfach brutal stark in die Saison gestartet sind. Ab November wird auch hier der Spielplan deutlich schwerer. Mein Fazit. Das war ein richtig guter Start. Es waren allerdings auch keine nennenswerte Gegner. Wie gesagt, die Steelers haben offensichtlich größere Probleme dieses Jahr. Ich glaube, die Rams-Browns-Geschichte jetzt danach der Bye-Week wird ganz deutlich zeigen, ob man mit den 49ers in Richtung Playoffs rechnen kann oder nicht. Denn der Winter wird richtig, richtig heftig. Ich bin ganz ehrlich, in der Division sehe ich keine Chance, dass die 49ers die Playoffs erreichen dieses Jahr. Ich sehe es tatsächlich nicht. Ich glaube, dass sie auf jeden Fall mit diesem Start bis natürlich im Playoff-Rennen dabei. Definitiv. Aber ich sehe einfach nicht, dass sie sich hier gegen die Rams und Seahawks so durchsetzen können, dass sie am Ende mindestens Platz zwei in der Division haben. Und ich vermute, der wird nötig sein, um die Playoffs zu erreichen. Kommen wir zu guter Letzt zu den Packers. Ganz ehrlich, ganz klar, und das ist keine Fanbrille. Da sind wir uns sicherlich alle einig. Von den vier Teams mit Abstand den härtesten Schedule gehabt. In Chicago begonnen, dann gegen die Vikings, dann nach Denver. Definitiv der härteste Schedule. Die Defense bisher ganz klar der Motor dieses Teams. Das war in gewisser Weise zu erwarten, beziehungsweise auch die Hoffnung, dass die Offense, während sie die Umstellung vollzieht, auch ein bisschen tragen kann. Aber das ist schon sehr beeindruckend, was die Defense da abliefert. Die Nummer zwei Scoring Defense, die meisten Turnovers in der NFL bisher produziert. Nummer vier Red Zone Defense und schon sehr zu zwölf Sacks rausgehauen. Vor allen Dingen die Neuzugänge. Die beiden Smiths bärenstark. Siebeneinhalb Sacks haben die beide schon zusammen. Das ist also ein deutliches Upgrade zu Nick Perry und Clay Matthews, muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Auch das junge Defense of Backfield, wo ja dieses Jahr, letztes Jahr, vorletztes Jahr extrem viel im Draft investiert wurde, spielt megastark. Deswegen Jalen Ramsey oder wer auch immer, wird in Green Bay definitiv nicht gebraucht. Einzig gegen den Lauf, da sind sie nur Nummer 25, da müssen sie definitiv noch einen besseren Job machen. Offense ist, wie gesagt, noch Work in Progress. Da läuft es noch nicht rund. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wenn man die Packers starten, das ist extrem auffällig, die Packers starten richtig heiß. Bam, 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 bam. Diese ganzen Scripted Plays, à la Bonheur. Da läuft es richtig, richtig gut und da rollen sie über Teams hinweg, aber dann stottert der Motor. Dann, äh, 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 gegen Denver ging es schon besser. Aber wenn man das an Chicago denkt oder auch an Minnesota, da ging ja dann irgendwann gar nichts mehr offensiv. Also da muss definitiv, da merkt man, dass eben noch diese Abstimmung noch nicht da ist, der Rhythmus noch nicht hundertprozentig da ist. Ähm, das ist alles noch nicht überragend. Dennoch, M. Rogers, ohne Interception bisher, äh, die Zahlen sind noch nicht überragend, aber sie machen eben auch keine Fehler. Das ist ein Riesenplus. Ähm, ja. In der Red Zone sind sie bärenstark. Die Nummer zwei Offense in der Red Zone. Allerdings mit der Third Down ist nur die Nummer 30 in der NFL. Auch ein Grund, warum irgendwann, ne, und das kann halt nicht auf Dauer so weitergehen. Du musst halt irgendwann auch deiner Defense mal ein bisschen Luft verschaffen, ganz klar. Ähm, zumal der Schedule weiterhin ordentlich ist. Philly, jetzt schon am Donnerstag, dann in Dallas, dann gegen Detroit. Das sind ja offensichtlich drei Spiele. Ja, Detroit, ich sag's, ich weiß, vor ein, zwei Wochen hab ich noch gesagt, die können die Playoffs abschreiben. Ähm, dennoch hab ich immer gesagt, das ist die engste Division in der NFL. Bleib ich weiterhin dabei, wird sie sein. Also der Schedule wird definitiv nicht leicht. Der Fazit. Bei den Packers, der Start klar besser, als man erwarten konnte. Ich glaube, die wenigsten hätten gedacht, dass die Packers in Chicago gewinnen können. Und auch die Vikings, die für mich eins der fünf besten Teams in der NFL sind, zu schlagen, ist, ähm, Chapeau, muss man ganz ehrlich sagen. Die Offense muss einfach besser werden. Die Defense wird dieses Jahr, ich glaub, da kann man jetzt schon, kann man jetzt schon sehen, eine Top Ten Defense sein. Die Offense muss besser werden. Aber mit den Waffen, die da sind, bin ich mir auch sicher, dass diese Offense auch irgendwann wesentlich runder klicken wird. Vielleicht noch nicht in dem Maße, wie das in Kansas City der Fall ist. Definitiv nicht. Aber ich bin mir sicher, es wird besser laufen. Das spricht dann für die Packers und ganz klar dafür, dass sie ebenfalls bis zum Schluss im Playoff-Rennen bleiben werden. Ob sie es schaffen, wenn ich gesagt habe, es ist die heftigste Division. Ich sag, sie kriegen Wildcard-Spot. Ähm, die Division gewinnen, da seh ich dann eher die Vikings ganz ehrlich vorne. Da, das zu den vier Teams. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet oder ob ihr jemand anders, ähm, wo ihr sagt, naja, der ist vielleicht, vielleicht sind's die Lions, wo ihr sagt, die sind noch ungeschlagen und passen wir auf die Lions auf. Gibt's Lions-Fans da draußen? Lasst uns wissen. Ähm, oder ob ihr sagt, eins dieser ungeschlagenen Teams ist nix wert, wird gar nix, wird völlig einbrechen. Lasst mich wissen. Meine Wurst der Woche ist Melvin Gordon. Ja, Melle, Alter, so richtig geil war dein Holdout nicht. Ähm, noch mal zur Erinnerung. Im Sommer hat er sich entschieden, ich will mehr Geld. Ähm, Base-Celary lag noch wie bei 5,9 Yards, genau, äh, Million und äh, hätte gern mehr. Die Chargers sollen irgendwas von 10 angeboten haben. Man wurde sich nicht einig. Er hat gesagt, er zieht's knallhart durch und äh, ja, hat sogar die Option bekommen, er möge sich doch umschauen nach einem Trade-Partner. Hat sich offensichtlich niemand auch nur annähernd gefunden und jetzt entscheidet er sich, ich komme zurück. Ähm, ist dann irgendwie semi-gut gelaufen. Ja, also, dass er jetzt den Sommer verpasst hat, die Pre-Season ist, glaube ich, jetzt nicht so ein Drama, weil, ja, Veteran-Bags kommen da eh nicht so zum Einsatz, ist okay. Ähm, aber dass er eben drei Spiele verpasst hat, jetzt unverrichtete Dinge wieder da ist. Das ist so, das ist so nicht ganzes und nix halbes. Ja, er verliert die Saison nicht, mit anderen Worten, ähm, er kann sich noch empfehlen, mit anderen Worten, er gilt nach der Saison als Free Agent. Ähm, das ist alles ein Plus. Ähm, aber so richtig, es fühlt sich doch eigentlich nach Verschwendung an, Zeitverschwendung. Findet ihr nicht? Also, ich finde, das ist irgendwie dämlich gelaufen. Er hat am Ende nix bekommen, außer ein bisschen mehr Freizeit. Ähm, für mich dann doch irgendwie nicht mehr als wurstig. Mein Shane Farke Memorial Award diese Woche kann nur an einen Mann gehen. Daniel freaking Jones. Natürlich, Quarterback der New York Giants. Quarterbacks gewinnen diesen Award ja relativ selten. Ähm, das sind ja immer eher so die Randgeschichten, aber ich finde, das muss man jetzt einfach dann mal erwähnen. Ich meine, der Junge hat es wirklich nicht einfach. Der hat schon im Draft-Prozess recht viel Kritik einstecken müssen, nach dem Motto, naja, ähm, kleine Uni und kann auch nur ein bisschen und ach, so doll ist das nicht. Ähm, noch mehr muss er dann natürlich einstecken, als er an Nummer 6 gedraftet wurde von den Giants. Ähm, und here we are. Seinen ersten Start hingelegt, eine richtig fette Geschichte abgeliefert, ein richtig gutes Spiel. Ähm, Respekt. Ich finde einfach auch, das muss man dann auch mal, ne, da muss man auch mal Chapeau den Hut ziehen und sagen, ähm, trotz all der Kritik, trotz dem Gegenwind, er hat es durchgezogen, er hat abgeliefert, in der Preseason hat er es schon richtig gut abgeliefert, ähm, und jetzt, in seinem ersten Start, ähm, sah die Giants Offense gleich ganz anders aus. Werden sie jetzt unendlich viele Spiele gewinnen in diesem Jahr? Nein, weil sie einfach insgesamt einen relativ schlechten Kader haben, muss man ganz ehrlich sagen, und er nun mal auch nicht Defense spielt, ähm, aber ich glaube, dass die Offense insgesamt, ja, wie soll ich sagen, Eli hat sie dann doch mittlerweile eher an einer kurzen Leine gehalten, in Gefangenschaft genommen gehabt, die Offense, ich glaube, da geht ein bisschen mehr jetzt mit Jones. Das wird auch nicht immer schön sein, Rookies haben halt auch Ups und Downs, ähm, aber ich glaube, das, ähm, das kann was werden. Ich bin eh immer eher ein Pro-Jones-Typ gewesen, wenngleich auch ich der Meinung bin, an Nummer 6 war zu früh, ähm, aber ich freue mich, dass das jetzt hier scheinbar funktioniert, das freut mich ein bisschen, macht mich ein bisschen happy. Wir haben hier eine schöne Wette am Start, und zwar kommt die von Tom Ernst, ähm, einer gewicht tolle, das ist ein etwas längerer Text. Der Rekord für die wenigsten erzielten Punkte pro Spiel liegt bei 7,4 im Schnitt und datiert auf das Jahr 1977, gehalten von den Bucks. Die meisten durchschnittlich kassierten Punkte sind 35,8 pro Spiel von 1966, ruhmlos gehalten von den Giants, uh, 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 uh. Nach zwei Spieltagen stehen die Dolphins bei einem Schnitt von 5 zu 51, nach drei Spieltagen ist es übrigens nicht viel besser, äh, und würden sich beide Rekorde auf einmal holen. Ich wette, dass sie diese Schmacht zumindest teilweise abwenden können und nur einen der Negativ-Rekorde übernehmen, also entweder die wenigsten erzielten Punkte pro Spiel in einer Saison oder die meist kassierten. Ähm, holen sie beide Rekorde oder keinen davon, spende ich die durchschnittlich kassierte Punktzahl in Euro an Robin Hood e.V., Frontenhausen, der sich schwerstkranker Kinder annimmt. Sehr schöne Sache. Ähm, dann möchte man ja immer fast hoffen, ähm, dass sie genau das tun. Ähm, behalte ich recht, und sie holen sich einen der Rekorde, organisierst du, also ich, ein signiertes Trikot oder Ball oder Helm oder sonst was sammelwürdiges, eines von einem der deutschen Ex-NFL-Profis, äh, das wir dann für einen guten Zweck meiner Wahl auf Ebay verstecken. Wir können aber auch deine Wahl, wir können auch direkt sagen, dann bleiben wir doch beim Robin Hood e.V., ähm, das ist doch eine gute Sache. Dann bekommen die so oder sowas. Ähm, und ja, diese Wette wird angenommen. Ähm, ich muss jetzt nur überlegen, in welche Richtung ich tendiere. Du weißt ja, einfach zu sagen, ja oder nein, sie packen beide Rekorde oder gar keinen davon. Ach, wenn man sich die Dolphins so anguckt, ähm, natürlich werden die sich, also, es wird der Tag kommen, an dem irgendjemand eine peinliche Pleite gegen die Dolphins kassiert, und es, ich glaube auch, dass die Dolphins, ähm, durchaus drei, vier Spiele gewinnen können. Ähm, man darf das nicht völlig, äh, außer Acht lassen. Das muss sich dann auch erst finden, auch wenn da wenig Niveau aktuell ist, aber ich glaube ein bisschen dran, dass sie nicht ganz schlimm dastehen werden. Ähm, entsprechend, welche Seite wird's reißen? Naja, wird's überhaupt eine Seite reißen? Wird es eng für mich? Aber im Schnitt, auf 16 Spiele gesehen, sage ich, werden sie dann wohl doch beide Rekorde knacken. Also, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also, 7,4 Punkte pro Spiel ist tatsächlich nur schwerer vorstellbar, dass sie da drunter bleiben, als 35,8 Punkte pro Spiel zu kassieren. Ähm, aber ich sag, sie packen leider beides. Trotzdem sie das ein oder andere Spiel gewinnen. Sag mal, Stolle fehlt natürlich noch zum Schluss. Ähm, ich mach das wie letzte Folge auch. Ich geh einfach direkt hier bei YouTube rein und, äh, check mal die Fragen. Und, ähm, ich hab mich quasi null vorbereitet. Das ist die Zeit, ja? Also, fangen wir denn hier an. John Schumacher oder Schumacher? Who knows? Sag mal, Stolle, meine Frage ist so ein bisschen Henne oder Ei. Okay. Wenn du dir als GM eine Defense aufbauen könntest, wie würdest du das angehen? Eher Passrush, um eine Secondary Zeit zu verschaffen, oder eher Secondary? Und so weiter und so fort. Ähm, ich bin dann eher der Freund, sowohl Defense als auch Offense, von den schweren Jungs. Ich glaube, du gewinnst mit der O und der D-Line. Deswegen, ähm, würde ich sagen, in der Defense würde ich definitiv auf die D-Line setzen. Passrush spielt da natürlich dann auch eine Rolle. Ähm, aber, das wäre für mich Priorität und die Secondary dann hinten dran stehen. Ähm, Thorsten MZ. Sag mal, Stolle, du darfst Commissioner spielen. Haha. Wenn du eine Regel in der NFL ändern oder hinzufügen könntest, welche wäre das? Kann alles Mögliche von Spiellänge bis zu Strafen sein? Boah. Heidewitzger. Natürlich fällt einem ja dann tausend Dinge ein mit Strafen, ja, die man sagt, das könnte man ändern. Ähm, so ganz spontan tatsächlich. Strafen würde ich mir wünschen, dass man, oder überhaupt, das sind drei Dinge. Also, ich würde mir über Strafen wünschen, dass man die Pass-and-Reference umstellt zur College-Regel. Also, Spot maximal 15 Yards oder, wenn es weniger als 15 Yards sind, wo das passiert ist, ein Spot-Foul. Ähm, weil ich finde halt so ein, so ein 50-60-Yard-Ding, das kann halt schon, vor allen Dingen, wenn es dann ein Bad-Call ist, ein Spiel komplett auf den Kopf stellen. So ein Call, ne. Ähm, das würde ich mir wünschen. Dazu, wenn wir schon bei College-Football sind, die Uhr. Dass die Uhr auch in den letzten Minuten bei einem First-Down, bis der Schiri den Ball gespottet hat, stehen bleibt. Das ist einfach geil, wenn im College ein Team nur noch eine Minute auf der Uhr hat und trotzdem ist es irgendwie schafft, noch das Feld einmal runterzulaufen. Ja, das finde ich sehr, sehr geil. Und als alter NF-Europe-Recke fände ich es einfach geil, wenn Field-Goals ab 50 Yards mehr als drei Punkte kriegen würden. Das fände ich einfach richtig geil, wenn es dafür eben vier Punkte geben würde. Weil das wäre dann auch schon wieder so ein bisschen Schachspielen, hier und da, wenn man einen geilen Kicker hat, dass man sagt, wir kriegen es hin. Also das fände ich, das wären so drei Regeln, wo ich sagen würde, ey, fände ich irgendwie spannend. Ähm, was haben wir denn hier noch? Guckt mal hier wieder, die Tapete, super, ich sag's euch, Jungs. Ist so, oder? Also wirklich, also ich sollte InDesigner werden. Ähm, ähm, Thorsten, MZ, nochmal. Äh, die NFL hat ja jetzt die Top 100 Plays of all time geführt. Welche wären denn deiner Meinung nach die Top 10 Plays? Hey, das ist jetzt zu spontan. Habe ich mir nicht angeguckt und, äh, könnte ich dir keine Zehen jetzt aus dem Stehgreif nennen, aber, ähm, so ein paar, die mir spontan einfällen. Weil natürliche Macri Reception muss dazu hin. Tatsächlich die Tuck-Rule. Ich finde auch, das ist eines der Top 10 Plays. Ähm, das können ja nicht immer nur schöne Plays sein. Das ist ein Play, was extrem Einfluss auf die NFL hatte. Das war der Beginn der Patriots-Dynastie sozusagen. Ähm, deswegen muss das da rein. Für mich andere Plays. Ja, Beast Mode. Ja, Beast Mode's Run gegen die Saints muss dabei sein. Ähm. Antonio Freeman, Monday Night Packers-Vikings. Antonio Freeman in der Overtime, ähm, wo er den Ball, wo er springt und der Ball landet auf seiner, er fällt und der Ball landet auf seiner Schulter und er geistesgegenwärtig dreht sich um, hebt ihn tatsächlich so mit den Fingern so vor dem Boden so hoch, tippt ihn hoch, fängt ihn, steht auf, rennt in die Endzone. Ich kann mich genau daran erinnern, weil ich hab dieses Spiel mit Freunden gesehen in einer Bar zusammen und ich sehe, wie dieser Ball in meinen Augen auf den Boden inkomplit fällt und drehe mich weg und fluche und kotze und drehe mich wieder um und die jubeln in der Endzone. Hä? Hä? Und es war ja erst tatsächlich in der Wiederholung zu sehen und man muss dann da sagen, für die damalige Zeit, Respekt, dass die Schiris das nicht abgefiffen haben, dass sie es gesehen haben. Ähm, für mich aber wahrscheinlich All-Time-Play ist gar kein All-Time-Play, sondern die All-Time-Ever-Best-Performance war Brett Favre Monday Night, wieder, gegen die Raiders, am Tag nach dem Tode seines Vaters. Das war, wenn ihr das Spiel noch nicht gesehen habt, zieht es euch in voller Länge rein, das ist, da kriege ich sofort wieder Gänsehaut. Das war unfassbar emotional und wie das gehen kann, die Performance, die er in diesem Spiel abgeliefert hat, nicht nur er, sondern auch, was seine Receiver geleistet haben. Ich meine, der hat in Triple-Coverage geworfen und die haben das Ding runtergepflückt für einen Touchdown. Das war unfassbar. Also so ein Spiel, getragen von diesen Emotionen und wie alle wirklich aufgestanden sind für ihren Quarterback, nie wieder gesehen in der Form, gehört für mich definitiv auch dazu. Gibt noch genug andere. Gibt sicherlich noch genug andere. Bet ist 36, ich sag mal Stolle, Walker, Hershel Walker oder Ricky Williams, welcher Trade war mehr ein Bust? Schwer zu sagen, die waren beide ziemlich böse. Schwer zu sagen. Also, Saints und Dolphins, Ricky Williams, das Ding mit Haus und Hof verscherbelt. Was, die Dolphins? Aber jedenfalls die Saints haben Haus und Hof verscherbelt dafür. Aber es hat sich wahrscheinlich immer noch ein bisschen mehr ausgezahlt, als das, was die Vikings mit Hershel Walker bekommen haben, muss man ganz ehrlich sagen. Beziehungsweise, was die Cowboys dafür bekommen haben und damit ihre Dynastie aufgebaut haben. Deswegen, Hershel Walker-Trade war schon der Heftigere, finde ich. Elias Hoffmann fragt, ob ich mir die GFL-Playoffs reinziehe und wie ich das Niveau finde. Tatsächlich, nein, ziehe ich mir tatsächlich gar nicht bisher rein. Also, ich hatte das Angebot, mir die Frankfurt Universe zum Viertelfinale reinzuziehen. War aber nicht möglich, weil ich privat unterwegs war. Bei einem natürlich Eishockey-Spiel. Deswegen, nee. Habe ich bisher nicht. Vielleicht packe ich es zum German Ball. Der ist ja auch hier in Frankfurt. Das wäre mal geil, weil man da bestimmt auch wieder ein paar Gesichter sieht, die man lange nicht gesehen hat. Das ist ja immer nett, so ein Familientreffen. Aber tatsächlich habe ich mir, ich habe mir tatsächlich gestern Abend ein bisschen das GFL-Kick-Off-Magazin mal reingezogen. Mit Max und Sascha. Die alten Recken. Grüße gehen raus nach Hamburg, falls ihr zufällig zuschaut. Die machen das ja ordentlich da. Aber ich habe mir wirklich dieses Jahr gar keinen europäischen Football-Sherr reingezogen. Da bin ich wirklich null zugekommen. Machen wir noch irgendwas? Scrollen, scrollen, scrollen. Machen wir noch irgendwas? Ein paar Aussagen zu Schiedsrichtern. Kevin Betten. Es wird ja gesagt, dass er 2014 der letzte Gute in Sachen White Receiver in der ersten Runde war. Was war für dich der letzte Gute für Cornerbacks? 2017? Ja, ganz klar 2017. Oder? Also definitiv. Lattimore, Humphreys, Jackson, White. Wobei Adore Jackson da schon deutlich abfällt, muss man mittlerweile sagen. Aber vor allen Dingen Lattimore und White sind für mich brutal gute Cornerbacks. Also ja, dann schon 2017. Definitiv. Gibt ja auch bei der 2014er Klasse auch einen White Receiver mit Kevin Benjamin, der jetzt nicht so grandios war. Mike Franke sagt, schöne Folgestelle, aber die Fischtapete ist so brutal. Die ist nicht brutal. Die ist brutal schön. Absolut. Wenn man da nicht angehen will, weiß ich ja auch nicht. Ähm, 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 äh, süßte. Ami Gurt von Ehrenmann sagt, Stichwort Overreaction, wie befährtest du den Hype um die 3-0-Teams-Start, äh, blablabla. Und auf der anderen Seite die Stotterstarter. Ähm, dann müsste man ja eher über die Stotterstarter reden. Ist jetzt so ein bisschen verschenkt. Aber wie wäre es denn, man könnte ja, wenn sich das anbietet und die nicht plötzlich alle am Wochenende gewinnen, dann könnte man ja über die 0-4-Teams entspannt nächste Woche mal plaudern, für wen die Saison gelaufen ist. Und wer vielleicht noch einen auf Indianapolis Colts macht und nochmal richtig zurückstürmt. Ähm, ähm, noch irgendwas Spannendes hier. Blablabla, 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 so lange Texte. Ja, Monkey Jokey. Nach seinen beiden Auftritten sowohl vor zwei Wochen gegen India als auch letzte Woche gegen Jacksonville neigt sich die Zeit von Mariota in Tennessee wohl langsam dem Ende hingegen, was ich als Titans-Fan echt schade finde. Nun zu meiner Frage, wenn Tennessee nicht mit ihm verlängern sollte, wen siehst du als möglichen Nachfolger? Was hältst du von Jake Frum, von Georgia? Ähm, es deutet tatsächlich darauf hin, als wenn man sagt, reicht. Ähm, weil das wirklich, ich bin auch enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte wirklich erwartet, dass Mariota dieses Jahr einen Sprung macht, weil trotz erneut einem neuen Offensive Coordinator, ist ja der fünfte in seinem fünften Jahr, ähm, ist es jemand, der schon von Anfang an im Coaching-Staff war, seitdem er da ist, also eine ganz andere Bindung zu ihm hat. Ähm, und das sah ja auch in Woche 1 sehr gut aus, aber wir wissen ja, Woche 1 heißt nicht immer so viel. Ähm, es war wirklich in viel Schatten seitdem. Ähm, ich bin gespannt, wie lange sich die Titans das noch angucken, ganz ehrlich. Was sie dann tun werden, naja, das hängt ja auch so ein bisschen davon ab, wo du am Ende draftest, ja. Ähm, wahrscheinlich wird es in den Draft gehen, wen sie dann holen sollten, das ist ein bisschen zu früh, weil, wie gesagt, wenn du Top 10 draftest, dann wirst du wahrscheinlich vielleicht nicht unbedingt auf den From gehen, sondern eher gucken, dass es ein Tua oder ein Herbert ist, wenn der eben weiter hinten, vielleicht ist es dann ein From, kann schon sein, vielleicht ist es auch ein Nate Stanley, Jacob Eason. Neulich habe ich Julian Love sogar als First-Round-Potential gesehen irgendwo, das sehe ich aktuell noch nicht, aber, ähm, da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen weit weg, aber dann spricht vieles für den Quarterback im Draft, definitiv. Habe ich noch irgendwas? Haha, sag mal, Stolle, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass Colin Kaepernick zu den Panthers kommt? Denn sein Agent meinte neulich auf Twitter, dass er für eine neue Verhandlung im Team bereit wäre und da die Panthers eh gerade ein Quarterback-Problem und Eric Reid ist bei denen ja untergekommen, dachte ich nur, ach, ich glaube, das Ding ist durch, ich glaube, das Ding ist einfach durch. Also, ich könnte mir das tatsächlich noch vorstellen, die Panthers haben diesen Schritt gemacht mit Eric Reid und wurden dafür auch, ähm, ja, natürlich auch kritisiert, aber hast dann schnell gemerkt, dass das Thema auch dann wieder kein Thema mehr war, aber ein Kaepernick, ein Quarterback ist halt nochmal eine andere Geschichte und es ist jetzt einfach zu lange her. Also, ich glaube, fit halten ist das eine, dennoch ist er einfach nicht in Game Shape. Das ist kein Quarterback, den du einfach jetzt reinbringst und sagst, gewinn mir jetzt Spiele. Der bräuchte einfach dann doch schon ein paar Wochen und wirklich wieder, das ist halt was anderes, ob man sich fit hält oder ob man wirklich drin ist und dafür ist er zu lange weg und ich weiß auch gar nicht, nur weil sein Agent das sagt, ob er tatsächlich noch das als seinen Lebensinhalt sieht. Ich glaube, er hat ganz andere Aufgaben und ganz andere Dinge im Kopf, die für ihn entscheidend sind und ich weiß gar nicht, ob er diesen Fokus wirklich nochmal so auf Football legen könnte. Wenngleich ich absolut mich freuen würde, wenn er nochmal diese Chance suchen und auch bekommen würde, aber ich glaube, der Zug ist einfach von beiden Seiten mittlerweile dann auch abgefahren. Und Octai-IDen haben wir hier noch. Glaubst du, dass jemand den Rekord für das All-Time-Rushing von Emmett Smith und All-Time-Receiving von Jerry Rice jemals brechen wird? Schwierig. Schwierig. Da muss man ja schon wirklich sehr lange, sehr erfolgreich spielen. Ich habe die Statistiken jetzt auch tatsächlich nicht vor mir, um mal zu gucken, wer ist da eigentlich wie weit weg. Ein Julio ist sicherlich ein Kandidat, der, wenn er lang genug spielt, da einigermaßen rankommen könnte. Hopkins vielleicht auch der, der muss natürlich noch ein bisschen noch mehr länger spielen. Rushing wird schwierig, weil einfach das Laufspiel nicht mehr diese, aktuell einfach nicht mehr diese Wichtigkeit hat in der NFL, wie es damals der Fall war. Und man sieht es ja jetzt selbst in Dallas, auch da ist ja nicht mehr nur Sicky, sondern die geben dem Pollard ja mehr den Ball, als es in den letzten Jahren bei irgendjemandem der Backups der Fall war. Also ich sehe das tatsächlich als extrem schwierig an. Dann wird es irgendwann eher ein Receiving-Record, der gebrochen wird, weil die Pille fliegt nun mal viel, als dass es eben der All-Time-Rushing-Record ist. Den halte ich für. Glaube ich nicht, dass der noch fällt in den aktuellen Zeiten. Ich glaube, das war es jetzt erstmal beim schnellen Durchlauf hier. Dann würde ich sagen, danke für euren Input. Das war es für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß wieder. Habt ein neues Halbwissen dazu bekommen, ist ja immer wichtig. Und dann freue ich mich auf Kommentare und dies und das und Daumen hoch. Und ihr wisst schon, bis nächste Woche.